Modelle oder Datenmodelle, beziehungsweise hier ist es dann einfach eine Abwechstinthe. Wir haben ein bisschen Kurs in diesem Material. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Und Sebastian und ich, wo wir rumkommen und euch so viele Tipps geben, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich finde es schön, dass es so finished funktioniert. Dass ihr jetzt hier so Geschichten baut, ich finde es eine ganz spannende Angehensweise. In Englisch, we're going to do like five minutes. Dass ihr lernt, schnell Sachen umzusetzen und auch abgehauen, den Kopf zu ausschalten oder mit den Händen anbrechen zu denken. Das ist ja auch so zu viel Resilien, also ich muss hier schon zeigen, wenn man das immer so macht, aber es ist auch ein Problem zu tun. Ein Bonus, sag ich noch, um ein bisschen nach oben, ich schaff zu morieren. Das ist eigentlich gut. Ja. Das ist ein Dekorrentenstrahl. Ja. Ich bin da. Da kann man halt so nicht mehr gekomponiert. Deswegen das schon. Sind wir jetzt nicht braun oder weiß? Ich mach nur was. Wir sind, ähm, erstens. Was denn die Funktion erst nach Glück ist? Ja. Wie? Ja, das ist die Funktion. Ich bin ja auch. Wir sind gerade in der ersten Dekorrentenstrahl. Was? Wir haben ja auch in der ersten Dekorrentenstrahl. Wir haben gar nicht einfach einen Dekorrentenstrahl. 30, 30, 30, 30, müssen irgendeine Ursache drücken, eine Ursache gestalten, das ist wirklich ein Eis, Richtungswechsel oder vielleicht das der Boden-Solaren-Geräusch. Gut! Gut! Okay! Wow! So, und welchen Namen habt ihr eure Rennstrecke gekriegt? Gut! Okay, willkommen zum Radius-Traus-Folver-Kundball. Natürlich auch ziemlich viel damit darstellen, obwohl man noch ganz viel weg lässt. Feuchtung, letztendlich kann man das auch gut als, wo man nicht mit Flächen arbeitet, sondern eigentlich abgut. Ja, ich denke, stoppen. Das ist so. Also, ich bin wenig, bin wirklich. Nein, wir sehen. Ist gut. Ja, also. Ja. Passt. Passt. Das ist machbar. Ja, das kann schon ruhig aussehen. Du musst ja immer mehr reinigen, dass es nicht so geht. Ja, das ist ja cool. Ja, das ist ja cool. Und dann, das war auch so gut. Ja, das ist nicht wirklich cool. Aber, die Leute sind vielleicht auch eine Art, oder eine Art, oder eine Art, oder eine Art, Musik Bis zum nächsten Mal.